Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, was möchte ich zur Emmetherapie sagen? Es ist für mich eine absolut geniale Technik, um Blockaden auf jeder Ebene zu lösen. Nicht nur auf der körperlichen, sondern auch über den Körper in die Seele reinzukommen. Das finde ich absolut faszinierend, denn man muss es spüren und man muss es wirklich an sich erleben und spüren, was sich im Körper verändert und was sich auch auf der mentalen Ebene verändert. Also ich bin absolut begeistert und ich kann es jedem nur empfehlen, selber mal in diesen Genuss zu kommen. Ja, danke.